Im Punkt zu Wärme und Behaglichkeit fühlen wir uns richtig wohl herinnen. Es ist immer angenehm, egal was man macht. Mit Emptec waren wir super zufrieden, es hat alles geklappt, von der Planung bis zur Umsetzung. Wir sind nicht kompetent, wir haben uns immer wohl gefühlt, aufgehoben gefühlt. Die Fragen sind immer sofort beantwortet worden. Ich persönlich kann Emptec weiterentfüllen, weil bei mir alles gepasst hat und wir sind super zufrieden geworden. Das hat sich schon einmal angesprochen, dass es eine gute Firma ist. Der Vorteil des Kunden bei uns gegenüber anderen ist, dass alles aus einer Hand kommt. Das beginnt mit der ausführlichen Beratung, einer genauen Planung und einer termingerechten Montage. Er bekommt energieeffiziente Anlagen mit den niedrigsten Betriebskosten. Wir haben ein 7-Tage-pro-Woche-Service, das auch an Sonn- und Feiertagen für den Kunden da ist. Zum Thema Kundenzufriedenheit ist es uns wichtig, dass unsere Kunden nicht nur zufrieden, sondern begeistert sind. Das bestätigt sich auch in unseren Kundenumfragen mit 99% Kundenzufriedenheit. Das ist ein 8-Tage-pro-Woche-Service. Das ist ein 8-Tage-pro-Woche-Service. Wir haben eine Art und Weise. Ein 8-Tage-pro-Woche-Service. Vielen Dank.